Hey ho Leute, wie geht's euch denn heute? Was? Wie war das? Ihr wollt noch einen Part Techno-Kitten-Adventure? Na dann viel Spaß, hier kommt der nächste Part. Hey ho Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Techno-Kitten-Adventure, natürlich! Wurde auch Zeit. Loverpack. Es gibt die Bat-Kitty, Fire-Kitty, Rock-Kitty und Dragon-Kitty. Und wir spielen sofort mit der Bat-Kitty. Okay, was ist das für eine Musik? Ich glaube, ich habe das Lied vergessen. Alter, war das eine Giraffe? Alter, ist das... Okay, ich weiß nicht... Okay. Ich weiß nicht, ob das etwas schwul wirken soll, das Spiel. Oder einfach nur wahnsinnig ist. Schwul oder wahnsinnig, also ist es wirklich... Wirklich nah dran am schwul sein. Ich weiß nicht, aber ich glaube eher verrückt. Okay, eindeutig schwul. Schwul! Ha! Okay. Oh, nein, was war das für ein Switch? Alter, nein, Hilfe, nein. Keine Epilepsie-Anfälle. Oh, Vorsicht, das hat wahrscheinlich wirklich Epilepsie-Anfälle. Leute, die daran leiden, aufhören anzuschauen, bitte. Oh, alter, Laser-Tag-Party. Boah. Yep, Pipi haut rein. Huh. Ich verstehe irgendwas mit Chinese. Alter, ich kriege Augenkrebs. Ja, I want you too. And I want your touch too, yes. Yes, natürlich. I want you too. Uh, über 80.000. First try, niggas. First try, Leute. Yes, 90.000 sogar. Na, seid ihr stolz auf mich? Und das Lied ist noch niemals vorbei. First try. Yeah, und es wird wahrscheinlich noch schlimmer, wie ich das Spiel kenne. Uh, das hätte ich lieber lassen sollen, aber ich hab's geschafft. Alter, es wird noch schlimmer. Alter, ich hab Augenkrebs. Nein, ich hab Augenkrebs bekommen. Okay, mach einmal, versuch ich. Bis das Lied zu Ende ist und ich nochmal sterbe. Boah, das Lied ist so geil. Allgemein, das Spiel ist geil mit dem... was... Drops und so. Und was sind das für Viecher? Giraffen, dann... ein Phönix. Was war das für ein Affe? Ein Torpedo, ein Drache, ein... ein... keine Ahnung. I want you. I want to touch. Okay, nee, nee. Sing mal anders mal mit. Torpedo-Boot. Ja, okay. I feel you. I want you. I want you. I want to touch. Na, 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 na. Oh nein. Oh nein. Was geht jetzt ab? Was geht jetzt falsch? Bitte. Ernsthaft? Was geht jetzt falsch? Ah, verdammt! Ah, meine Augenschmerzen. Oh nein. You are you fucking serious black? No, not really. No, 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 no. Alter, alter, nein. Nein. Das ist fies. Oh mein Gott. Oh, jetzt kommt auch noch gleich das Sunpack dran im nächsten, äh, im nächsten Part für euch. Für euch ist ein nächster Part. Für mich ist das nicht mal zwei Minuten vergangen, weil ich gleich eine, ich mache eine Session und schnitze nur alles zusammen. Okay, gut. Ah, jetzt fängt es hier noch von vorne an. Passt. Dann werde ich meinen Dekot schlagen können, hoffentlich. Nächstes Mal, wenn ich das aufnehme, also wirklich, äh, wenn ich die vier Folgen jetzt habe, oder fünf, ja, ich glaube fünf, verdammt, gut, ich bende es nochmal. Wenn ich die fünf Folgen habe, dann werde ich höchstwahrscheinlich, ähm, bevor ich das nächste Mal das aufnehme, einen Tee trinken oder nochmal einen Tee und viel, viel Honig und so, dass ich eine schön eingenehme Stimme habe für euch, so, mhm, natürlich, damit ihr, ähm, ja, mich singen hören könnt, falls ihr es wollt, ich weiß es ja nicht. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen, von den, von der zweiten Folge und ansonsten sehen wir uns gleich wieder, also, beim nächsten Part, Part 3 von Wortefachrechen, LOL, Technokittin Adventure, lalalala, tschüss Leute. Ja, tschüss.